Nein, dich will ich weg haben, zack, das ist schon Leggings, Helm, Stiefel und ein Schild. Gut, ich habe noch ein Schwert, das brauche ich auf jeden Fall, eine Spitzhacke bitte, und Inventar. So, dann würde ich gerne diverse Dinge anlegen. Dankeschön. Ich habe nichts mehr zum Essen. Ich habe echt nichts mehr zum Essen. Gut. Nein, ich habe nichts mehr zum Essen. Wirklich nichts mehr zum Essen. Das ist alles, alles da draußen. Hau ab. Ja, ja, ja. Okay, für da hinten, können wir irgendwie uns überlegen, ob wir da nicht eine Straße hinkriegen. Ob wir da nicht vielleicht... Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Mobs nicht ausmache. Weil sie nerven gerade so ein bisschen. Ganz ehrlich. Okay. Da ist der. Da vorne ist der. Ich glaube, zu dem will ich. Da müsste ich dann halt das Wasser... Hier ist ja die eine Höhle. Und da wäre die... Der Wasserzugang. Genau, da wäre der Wasserzugang. Das ist okay. Den kann man nehmen. Und da hinten ist auch noch irgendwo ein Zugang, aber... Wo auch immer der ist. So. Ach ja. So, was wir jetzt auf jeden Fall halt machen müssen, ist uns an dieser Absturzstelle nach unten graben. Ich bin echt... Also wie gesagt... Okay. Wo sind wir da? Da liegen wir. Das heißt, ich muss mich hier nach unten graben. Und dich mitnehmen. Okay. So. Dann würde ich hier sagen... Ha. 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 Und hier. Alles ablegen. Alles ablegen. Dich können wir zurücknehmen. Ablegen. Dich würde ich ganz gerne da haben. Dann können wir dich da hinlegen. Legen wir dich mal ab. Schwerte habe ich jetzt echt genug. Nehmen wir dich mit. Ich will noch ein Ersatzschwert. Schaufeln. Okay. Schaufeln haben wir gerade genug. Das will ich gerade nicht. Das andere gezuppelt. Du kannst auch in die Kiste. Du kannst in die Kiste. Du, du, du. Willst du mir gerade sagen, dass ich nicht genug Kisten habe. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Ein bisschen Schnauze, lass mich in Ruhe. Zack. So. Da meine Kiste. Den will ich da haben. Den will ich da haben. Das ist okay. Das und das kann weg. Von mir aus kann der auch noch weg. Ne. Äh. Doch. Das ist okay. Und dann der. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und dann laufen wir wieder zurück. Okay. Das war jetzt ein bisschen doof, dass wir da komplett außenrum sind. Aber so sind wir halt. So. Und dann machen wir das jetzt so. Zack. 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 Juhu. Ausgezeichnet. Gut. Und dann können wir jetzt sagen. Drei. Eins. Zwei. Drei. So. Und dann sagen wir hier. Zack. Zack. Und dann würde man da noch einen zu machen. Nehmen wir mal. Dich. So. Und dann mache ich das jetzt wirklich richtig zu. Ich will das zwar nicht auf Dauer so haben. Ich will das jetzt eigentlich nur für jetzt. Damit ich da mal gucken kann. Aber das ist einfach wirklich so richtig übel. Und dann können wir hier. So. so shift shift hier hoppa ich will eine stein axt haben jetzt es ist schon faszinierend wie viel schneller das mit diesem ding geht du kannst dahin nehmen wir noch mal ein mit haben wir das dann würde ich dich mal abhauen und nicht mal abhauen und dann kann man jetzt sagen auf der 7 wollte ich also ich muss mal wieder ein bisschen umsortieren erstens will ich dich da haben zweitens will ich dich da haben drittens würde ich dich gerne da haben so wie es vorher war die schaufel habe ich weggelegt dann kannst du eigentlich irgendwo anders hin so ok dann kannst du dahin und dahin und dann sind wir jetzt bei 7 ich drücke shift ich rolle mich ein wenig zurück so und dann würde ich sagen hier das klingt wirklich sehr danach als ob da oben labe auf liegt können die noch mal weg machen ok da offenbar nicht den weg dann machen wir da mal zu so war es eigentlich nicht geplant aber ok das würde ja im endeffekt bedeuten okay ich glaube wir machen jetzt mal was anderes schaufel habe ich auch gerade keine hier das ist doch wieder diese super duper komische ich magike dich voll und dann steht alles in flammen typ den brauche ich jetzt gar nicht den brauche ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht ich bin schon ein paar mal gestorben dankeschön so ich bin hier gerade am überlegen wie ich da am sinnvollsten weitermache weil auf der einen seite würde ich ganz gerne darüber gehen und gucken auf der einen seite würde ich ganz gerne darüber gehen und gucken auf der anderen seite traue ich mich nicht von unten wie gesagt wir sind hier im lava universum wenn ich das von unten macht dann kann es gut sein dass die lava einfach über mich drüber gleitet jetzt mal abgesehen davon dass ich natürlich hier mich freut dass ich die kohle krieg und das da und die kohle ist natürlich ein vollidiot der mir meine baustelle kaputt macht so dann haben wir hier mal vielleicht ein bisschen das zeug zu und hauen hier eine fackel hin vier fackeln sind vier das war meine letzte fackel ok irgendwie wird gerade nicht mehr insofern denke ich mache ich mal eine kleine aufnahme pause ich bedanke mich an der stelle für die aufmerksamkeit wünsche euch noch eine tolle zeit cheerio mit au man sieht sich dann bei gelegenheit mal wieder bis dahin wünsche ich euch eine tolle zeit und so weiter und so fort ciao so hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren aufnahmesitzung von mein test so ja wir sind ja hier noch mal in dieser lustigen mission mission möchte ich nicht nennen in diesem lustigen experimentieren wobei ich dann noch am überlegen bin was ich da eigentlich genau mache jetzt wir können eigentlich hier mal so ein bisschen die ressourcen aus der wand strippen wobei wir ja auch einfach nur sagen können hey pfeift drauf wir machen diesen abgang noch mal weiter so das würde ja so gehen oder das würde ja So, ich bin gerade am überlegen, was sinnvoll wäre. Wäre es sinnvoll, jetzt diesen Spaß hier zu machen? Oh, Mann, ey. Hat er jetzt ein Ding verloren? Ich glaube nicht. So, dann machen wir mal den Klumpen da rein. Und hatte ich dann noch nicht irgendeinen Klumpen? Sieht gerade nicht so aus, ne? Würde ich das Zeug eigentlich wieder wegtun? Und dann... Kann ich eigentlich auch... Ah, ne. Das sind ja dann Dinger, genau. Kann ich die auch wegtun? Ja. Kann ich den nehmen, nehmen, nehmen. Dann würde ich gerne den mal dahin tun und den mal dahin tun und dann haben wir den da. Und dann... Könnte man sich fast mal überlegen, ob man sich nicht hier irgendwo eine Wohnung baut. Oder zumindest ein Zimmerchen. Oder irgendwas in der Art. Ja, Fackeln hatte ich ja auch wieder keine. Stimmt, so war das ja. Das heißt, Kohle würde ich eigentlich auch gerne haben. So, dann nehmen wir die mal mit. Dann würde ich hier mal sagen, Inventar. Dann würde ich hier mal sagen, hier kommt auch alle mit. Kommt ihr wieder dahin? Kommt ihr wieder dahin? Und dann würde ich mir hier vielleicht mal wieder knapp 100 Fackeln holen.